Du musst etwa mit der Asht zusammen arbeiten? Naja. Nicht ganz so geil, hm? Naja, gefällt mir jetzt nicht so. Oh, da kann ich jetzt auch nicht mehr helfen. Mist. Naja, hat 5-2. Naja, hat 5-3. Oh, oh, oh. Ja, kriegt er mein Kill. Das ist fix. Jetzt auch schnell. Na, f*** dich doch. Jawoll. Komm, stirb. Bitte. Oh, gut. Jetzt kriegt er nur mein Kill. Das ist fix. Oh, das ist übel. Du, das geht mal auf den Sack. Naja. Wenn das ständig ist. Mach da ein Ulti. Ja, freilich macht sie wieder die Ulti. Also nix anderes Trafo. Die Ash. Sauber. Ich babbel dich. Ah! Ah! Jetzt stirbe. Ja. Den hätte ich nur rumkühlen. Mist. Na, wieso bleiben wir stehen? Dass man da voll unzufrieden mit sich selbst ist. Das ist Wahnsinn. Ja, schon. Selber ist echt richtig unfähig. Oh, ich glaube, ich mache mal mit, die Kurzgay. Ist der Brain AFK mit, oder wer? Ja, ich... Im Moment ist der überhaupt Kölner. Ah, das ist ja toll. Ja. Wo ist denn der? Ach, Timo, ja, da kommt schon. Komm schon wieder, ja. Jetzt komm weg. Boah. Oh, dann war ich, komm mal kurz zu dir unter, oder? Ja, bitte. Gabi, wichtiger. So, wenn haben wir denn da? Oh, zwei Gegner, okay. Auf Asch konnte ich nämlich richtig verzichten. Naja, und jetzt... Boah. Sauerei. Da hat es eh wieder in Gebüsch drin. Kannst du mich halten, oder so, Manu? Ey, jup. Gut, merci. Ah, ich umforschen und visiert. Oder? Ja, ich umforschen. Na, ich halte wieder. Gut, merci. Komm schon, komm. Ja. Er hat es echt nicht für Leben da unten, ey. Scheiß Hexenmeister da. Er macht wahrscheinlich ein Debuffs drauf, goll. Ich glaube schon. Na ja, doch, feier, äh, nicht Debuffs, sondern Dots, aber da ohne Ende. Komm schon. Aber wenn ich mal den jetzt höre, dann stirbe ich. Na, den heulen wir jetzt. Greift dir auch keiner. Gut. Mano-Trank, ob ich noch ein, yo. Ja, schön. Oh, ich mache Affe. Top. No. Ja, mit dieser Kuhner. Wo ist denn Timo? Ich hab den gar nicht. Jetzt läuft er wieder vorwärts. Was macht der? Scheiße, der Turm ist weg. Da ist mir auch mal eine Donau. Nein, ich mache auch auf der Top bleiben. Geht nicht anders. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe das nicht. Oh, ja. Kann ich dem... Das war als Selbstmord. Was der da gemacht hat. Was hat der da gemacht? Ah, jetzt kommt der Katzenrugel. Nein. Er ist jetzt zu dritt herumschimmeln, oder wer? Aber wie viel Damage der Minions da machen. Oh, okay, Mana. Komm schon, wieder den... Komm schon, wieder den Scheißvogel doch, bitte. Das ist der Wahnsinn, Mann, ey, Ash. Ich hätte doch bloß mal irgendeine Scheißattacke machen müssen. Ja, super. Wenn ich zurück portiere, ist das... Ich muss nicht... alt! Alter. Ja, toll. Zurück. Ja, toll. Zurück. Ja, toll. Portiere dich, portiere dich, portiere dich. Nein! Das war ein Millisekunden. kratzen fix zieht nämlich weg du hast sie da oder nicht wirklich zurück geportet oder die waren zwar nicht weiter weg ja da bist du aber schuld kreizkruzifix so jetzt in sekunden wort jetzt auch noch ok top schaut jetzt wieder gut aus dann mache ich mal auch ich mach bot na ja bitte boah na der taure so gut wie down oh der war gut oh und ich laufe trotzdem nur ein komm schon mal nur heute den er ist oder wieso es geht jetzt mit meinem körper okay keine ahnung na bitte keinen schluck ab bitte keinen schluck ab während dem letzten oder ganz viel schnarche beim schluck auf ist es so dass du zu wenig luft kriegst deswegen kommt der schluck auf ob eigentlich aber das war na ist kein schluck auf ich glaube schlimmstes echt für den let's play entweder ding war mal husten also so einen trockenen holz oder schluck auf das habe ich auch drei monate habe ich so einen hoesten mal gehabt aber das ist doch ja stimmt das war bestimmt übel das ist der schluck auf das ist so behindert gewinnen haben dort dafür da der stirbt hinter mir hinter mir kostet mir war nicht ich stirb na okay die fläche der war sohn ist echt graus gewinn als messe die top wieder hüffen oder schaffte der lui der schaffte er lui na schaffte doch nicht oh hilfe kommt ein prozent vielleicht nur hp alter das sind saugut die kämpfer 45 ähm wo kommt das jetzt drauf äh was soll ich hier bote mal nur bisserl helfen ja danke gehe ich über mitte dann wieder auf top boah aber so richtig kommt eigentlich keiner voran geil na da wird einmal der turm kaputt gemacht aber so richtig in base eine kommt maniert alt das war eine volle sauber ja und die ash kriegt natürlich wieder die ganzen kills na na da bist du als fernkämpfer bist du gesegnet ne fürs krassen ja okay dann basti ist wieder da unten mit das schaut auch ganz gut aus im jungle ist was los da schaue ich hier mal hin ja dann schafft er auch den ordner oder sauber 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 und den shop mit sanu standard wow wow ja